Das CETPM ist der Meinung, dass die Steigerung von Intelligent einfach ist. Das CETPM entwickelt Fach- und Führungskräfte zu Prozessverbesserern und coacht und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zur Operational Excellence. Optimieren ohne komplizierte Formeln, ohne riesige Maschinen oder millionenschwere Investitionen. Diese Erkenntnis wurde zur Philosophie. Einfach machen, einfach machen. Das CETPM ist ein Institut an der Hochschule Ansbach. Es entwickelt Menschen zu Prozessverbesserern durch exzellente Weiterbildungsangebote. Darüber hinaus auditiert das CETPM auch Unternehmen hinsichtlich ihres Operational Excellence Reifegrades, fördert den Erfahrungsaustausch und unterstützt den Wissenstransfer durch Bücher und das Magazin JokoTen. Was ist TPM? Die drei Buchstaben stehen für Total Productive Management. Dahinter verbirgt sich eine Management-Philosophie, die alle Mitarbeiter einbezieht und die einen zielgerichteten Verbesserungsprozess in Gang bringt. Es stehen vielfältige Methoden zur Verfügung, doch im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Die Mitarbeiter lernen, wie sie durch einfache Ideen und Werkzeuge, zum Beispiel Maschinenstillstände reduzieren oder unproduktive Prozesse optimieren können. In TPM-geführten Organisationen bringen die Mitarbeitenden ihr ganzes Wissen und Können bei der Gestaltung ihrer Arbeit ein. Gleichzeitig verfolgen sie gemeinsam die Ziele des Unternehmens. Das CETPM schulte Menschen so, dass sie in der Lage sind, Verluste und Verschwendungen in allen betrieblichen Funktionsbereichen zu erkennen und zu beseitigen. Wie im echten Leben fühlen sich die Teilnehmer der Lean-Office-Seminare. In realistischen Simulationen werden sie Teil einer authentischen Prozesskette, von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung. Der Ablauf beinhaltet Störquellen und Zeitfresser. Die Teilnehmer decken Verbesserungspotenziale auf und gestalten die Abläufe einfach und wirksam neu. Der Lerneffekt durch eigenes Handeln, Reflexion im Team und den parallelen Wissenstransfer durch die Trainer ist enorm. Beim gemeinsamen Brainstorming entstehen effektive Lösungen. Diese werden getestet, bis die Prozesse reibungslos funktionieren. Lean Production In Lean Production Workshops erleben die Teilnehmer die Vorteile eines gut zusammenarbeitenden Teams. Hier treffen sich Menschen aus unterschiedlichen Branchen und erarbeiten gemeinsam Lösungen. Eine Aufgabe ist zum Beispiel, einen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass die Mitarbeiter dort motiviert und effizient arbeiten können. Die CETPM-Trainer bringen moderierend und unterstützend ihr Wissen ein. Die Teilnehmer erhalten Know-How darüber, wie sie sich dauerhaft die Arbeit erleichtern und gleichzeitig noch effektiver arbeiten. Seit dem Jahr 2005 hat sich das CETPM zur führenden Weiterbildungs- und Forschungseinrichtung im Bereich Lean und TPM entwickelt. Mit dem einmaligen Konzept des nachhaltigen Lernens gelingt es jedem Unternehmen, Mitarbeiter für einen tagtäglichen Verbesserungsprozess zu gewinnen. Die Angebote des CETPM lassen sich an die konkreten Bedürfnisse eines jeden Unternehmens anpassen. Von Impulsvorträgen über komplette Ausbildungsprogramme bis hin zur langfristigen Begleitung und Auditierung. Engagierte Mitarbeiter und erfahrene Trainer sind nah an der Praxis und ständig im Dialog mit Wissenschaft und führenden Unternehmen. Durch laufenden Erfahrungsaustausch bleibt das Know-How immer auf dem aktuellen Stand. Die Begeisterung für die Sache ist spürbar und der Funke springt schnell über, wenn Unternehmen auf ihrem Weg zur Operational Excellence begleitet werden. Einfach und effektiv. Untertitelung für die